Suratul Ma'idah, Surah Nummer 5, der Tisch, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Oh, die ihr glaubt, haltet die Abmachungen. Erlaubt zu essen sind euch die Vierfüßler unter dem Vieh, außer dem, was euch verlesen wird, ohne dass ihr jedoch das Jagdwild als erlaubt betrachtet, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Allah ordnet an, was er will. Oh, die ihr glaubt, entweit nicht die Kultzeichen Allahs, noch den Schutzmonat, noch die Opfertiere, noch die Halsgehänge, noch die, die das geschützte Haus aufsuchen, in dem sie nach Huld von ihrem Herrn trachten und nach Wohlgefallen. Wenn ihr den Weihzustand abgelegt habt, dann dürft ihr jagen. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, weil sie euch von der geschützten Gebetsstätte abgehalten haben, soll euch ja nicht dazu bringen, zu übertreten. Helft einander zur Güte und Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und feindseligem Vorgehen. Und fürchtet Allah, Allah ist streng im Bestrafen. Verboten ist euch der Genuss von verendetem Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Und der Genuss von ersticktem, erschlagenem, zu Tode gestürztem oder gestoßenem. Und was von einem wilden Tier gerissen worden ist, außer dem, was ihr schlachtet. Und verboten ist euch, was auf einem Opferstein geschlachtet worden ist, und mit Pfeilen zu losen. Das ist Frevel. Heute haben diejenigen, die ungläubig sind, hinsichtlich eurer Religion die Hoffnung aufgegeben. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Und wer sich aus Hunger in einer Zwangslage befindet, ohne zu einer Sünde hinzuneigen, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Sie fragen sich, was ihnen erlaubt ist. Sag, erlaubt sind euch die guten Dinge. Und wenn ihr beutegreifende Tiere durch Abrechtung von dem gelehrt habt, was Allah euch gelehrt hat, dann esst von dem, was sie für euch fassen, und sprecht den Namen Allahs darüber aus. Und fürchtet Allah. Allah ist schnell im Abrechnen. Heute sind euch die guten Dinge erlaubt. Und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt. Und eure Speise ist ihnen erlaubt. Und die ehrbaren von den gläubigen Frauen und die ehrbaren von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt, als ehrbare Ehemänner nicht als solche, die Hurerei treiben und sich Liebschaften halten. Wer den Glauben verleugnet, dessen Werk wird hinfällig und im Jenseits gehörte zu den Verlierern. O, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen. Und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise, oder jemand von euch vom Abort kommt, oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Allah will euch keine Bedrängnis auflegen, sondern er will euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden, auf das ihr dankbar sein möget. Und gedenkt Allahs Gunst an euch und des Abkommens, das er mit euch getroffen hat, als ihr sagtet, wir hören und gehorchen. Und fürchtet Allah. Gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. O, die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Allah hat denen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, versprochen, dass es für sie Vergebung und großartigen Lohn geben wird. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Insassen des Höllenbrandes. O, die ihr glaubt, gedenkt Allahs Gunst an euch, als gewisse Leute vorhatten, ihre Hände nach euch auszustrecken, worauf er ihre Hände von euch zurückhielt. Und fürchtet Allah. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Allah hatte ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen. Und wir beriefen von ihnen zwölf Obmänner. Und Allah sagte, ich bin mit euch. Wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und Allah ein gutes Darlehen gibt, werde ich euch ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durch alt von Bächen. Wer aber von euch danach ungläubig wird, der ist wirklich vom rechten Weg abgeirrt. Dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Sie verdrehen den Sinn der Worte, und sie haben einen Teil von dem vergessen, womit sie ermahnt worden waren. Und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren, bis auf wenige von ihnen. Aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Gewiss, Allah liebt die Gutes Tunenden. Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben wir ein Abkommen getroffen. Aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie erwahnt worden waren. So erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen pflegten. O Leute der Schrift, Unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klar zu machen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt. Und er verzeiht vieles. Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch, mit dem Allah diejenigen, die seinem Wohlgevollen folgen, die Wege des Heils leitet und sie aus den Finsternissen hinaus mit seiner Erlaubnis ins Licht bringt und sie zu einem geraden Weg leitet. Ungläubig sind ja diejenigen, die sagen, Allah ist ja Al-Masih, der Sohn Maryams. Sag, wer vermag denn gegen Allah etwas auszurichten, wenn er Al-Masih, den Sohn Maryams, seine Mutter und all diejenigen, die auf der Erde sind, vernichten will? Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Er erschafft, was er will und Allah hat zu allem die Macht. Die Juden und Christen sagen, wir sind Allahs Söhne und seine Lieblinge. Sag, warum bestraft ihr euch dann für eure Sünden? Nein, vielmehr seid ihr menschliche Wesen von denen, die er erschaffen hat. Er vergibt, wem er will und er straft, wen er will. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist und zu ihm ist der Ausgang. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch nach einer Unterbrechungszeit in der Reihe der Gesandten Klarheit zu geben, damit ihr nicht etwa sagt, zu uns ist kein Frohbote und kein Warner gekommen. Nun ist ja ein Frohbote und ein Warner zu euch gekommen und Allah hat zu allem die Macht. Und als Musa zu seinem Volk sagte, O mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was er niemandem anderen der Weltenbewohner gegeben hat. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Sie sagten, O Musa, in ihm ist ein übermächtiges Volk, wir werden es gewiss nicht betreten, bis wir aus ihm herausgehen. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir es gewiss betreten. Zwei Männer von denen, die Allah fürchteten und denen Allah Gunst erwiesen hatte, sagten, Tretet gegen sie durch das Tor ein, wenn ihr dadurch eintretet, dann werdet ihr Sieger sein und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Sie, die anderen, sagten, O Musa, gewiss werden wir es niemals betreten, solange sie darin sind. Geh doch du und dein Herr hin und kämpft. Wir werden hier sitzen bleiben. Er sagte, Mein Herr, ich habe ja nur Macht über mich selbst und meinen Bruder. Darum unterscheide uns von dem Volk der Frevler. Er, Allah sagte, Gewiss, so soll es ihnen denn für vierzig Jahre verwehrt sein, während derer sie auf der Erde umherirren. So sei nicht betrübt über das Volk der Frevler. Und verließ ihnen die Kunde von den beiden Söhnen Adams der Wahrheit entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten. Da wurde es von dem einen von ihnen angenommen, während es vom anderen nicht angenommen wurde. Der sagte, Ich werde dich ganz gewiss töten. Der andere sagte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Ich will, dass du meine und deine Sünde auf dich lädst und so einer von den Insassen des Höllenfeuers sein wirst. Das ist der Lohn der Ungerechten. Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten und so tötete er ihn und er wurde einer von den Verlierern. Da schickte Allah einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die böse Tat an seinem Bruder verbergen könne. Er sagte, O wehe mir, war ich unfähig zu sein, wie dieser Rabe und die böse Tat an meinem Bruder zu verbergen? So wurde er von denjenigen, die bereuen. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Außer denjenigen, die bereuen, bevor ihr Macht über sie habt. So wisset, dass Allah allvergebend und barmherzig ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet nach einem Mittel zu ihm und müht euch auf seinem Weg ab, auf das es euch wohl ergehen möge. Gewiss, wenn diejenigen, die ungläubig sind, alles hätten, was auf der Erde ist und noch einmal das gleiche dazu, um sich damit von der Strafe des Tages der Auferstehung loszukaufen, würde es nicht von ihnen angenommen werden und für sie gibt es schmerzhafte Strafe. Sie wollen aus dem Höllenfeuer herauskommen, aber sie werden nicht aus ihm herauskommen und für sie gibt es beständige Strafe. Der Dieb und die Diebin trennt ihnen ihre Hände ab als Lohn für das, was sie begangen haben und als ein warnendes Beispiel von Allah. Allah ist allmächtig und allweise. Wer aber bereut, nachdem er Unrecht getan hat und es wieder gut macht, so nimmt Allah seine Reue gewiss an. Allah ist allvergebend und barmherzig. Weißt du denn nicht, dass Allah die Herrschaft über den Himmel und die Erde gehört? Er straft, wen er will und vergibt, wem er will und Allah hat zu allem die Macht. O du Gesandter, lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben dahin eilen, unter denen, die mit ihren Mündern sagen, wir glauben, während ihre Herzen nicht glauben. Und unter denjenigen, die dem Judentum angehören, unter ihnen gibt es manche, die auf Lügen horchen, die auf andere Leute horchen, die nicht zu dir gekommen sind. Sie verdrehen den Sinn der Worte, nachdem sie an ihrer richtigen Stelle waren und sagen, wenn euch dies gegeben wird, dann nehmt es an. Wenn euch dies aber nicht gegeben wird, dann seht euch vor. Wenn Allah der Versuchung aussetzen will, für den wirst du gegen Allah nichts auszurichten vermögen. Das sind diejenigen, deren Herzen Allah nicht reinmachen wollte. Schande gibt es für sie im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Sie, die auf Lügen horchen und die darauf aus sind, unrechtmäßig Erworbenes zu verschlingen. Wenn sie zu dir kommen, so richte zwischen ihnen oder wende dich von ihnen ab. Wenn du dich von ihnen abwendest, werden sie dir keinen Schaden zufügen. Wenn du aber richtest, dann richte zwischen ihnen in Gerechtigkeit. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Wie aber können sie dich richten lassen, während sie doch die Tore haben, in der das Urteil Allahs enthalten ist und sich hierauf nach alledem abkehren? Diese sind doch keine Gläubigen. Gewiss, wir haben die Tora hinabgesandt, in der Rechtleitung und Licht sind, womit die Propheten, die sich Allah ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum angehörten, walten. Und so auch die Leute des Herrn und die Gelernten nach dem, was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut worden war und worüber sie Zeugen waren. So fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet mich und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Und wir haben ihnen darin vorgeschrieben, Leben um Leben, Auge um Auge, Nase um Nase, Ohr um Ohr, Zahn um Zahn und auch für Verwundungen Wiedervergeltung. Wer es aber als Almosen erlässt, für den ist es eine Sühne. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungerechten. Und wir ließen auf ihren Spuren Isa, den Sohn Mariams, folgen, das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war. Und wir gaben ihm das Evangelium, in dem Rechtleitung und Licht sind, und das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und so sollen die Leute des Evangeliums nach dem walten, was Allah darin herabgesandt hat. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Fräwler. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm offenbart war, und als Wächter darüber. So richte zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn Allah wollte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. So wetteifert nach den guten Dingen. Zu Allah wird euer aller Rückkehr sein, und dann wird er euch kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Und so richte zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen, sondern sieh dich vor vor ihnen, dass sie dich nicht der Versuchung aussetzen, abzuweichen von einem Teil dessen, was Allah zu dir als Offenbarung herabgesandt hat. Doch wenn sie sich abkehren, so wisse, dass Allah sie für einen Teil ihrer Sünden treffen will. Viele von den Menschen sind fürwahrfrewler. Begehren sie etwa das Urteil der Unwissenheit? Wer kann denn besser walten als Allah für Leute, die in ihrem Glauben überzeugt sind? O, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren. Sie sind einer des anderen Schutzherren. Und wer von euch die zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Und so siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sich ihretwegen beeilen. Sie sagen, wir fürchten, dass uns eine Schicksalswendung treffen wird. Aber vielleicht wird Allah den entscheidenden Sieg oder eine Anordnung von ihm herbeibringen. Dann werden sie über das, was sie in ihrem Innersten geheim gehalten haben, Reue empfinden. Und diejenigen, die glauben werden, sagen, sind dies diejenigen, die bei Allah ihren kräftigsten Eid schworen, dass sie wahrlich mit euch seien? Ihre Werke sind hinfällig, sodass sie nun Verlierer geworden sind. Und die ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt, so wird Allah Leute bringen, die er liebt und die ihn lieben, bescheiden gegenüber den Gläubigen, mächtig auftreten gegenüber den Ungläubigen und die sich auf Allahs Weg abmühen und nicht den Tadel des Tadlers fürchten. Das ist Allahs Hult, die er gewährt, wem er will. Allah ist allumfassend und allwissend. Euer Schutzherr ist Allah allein und auch sein Gesandter und diejenigen, die glauben, die das Gebet verrichten, die Abgabe entrichten und zu den sich Verbeugenden gehören. Wer sich Allah zum Schutzherr nimmt und auch seinen Gesandten und diejenigen, die glauben, gewiss, die Anhängerschaft Allahs wird der Sieger sein. Wo die ihr glaubt, nehmt nicht diejenigen, die sich über eure Religion lustig machen und sie zum Gegenstand des Spiels nehmen, von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde und die Ungläubigen zu Schutzherren und fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr zum Gebet ruft, machen sie sich darüber lustig und nehmen es zum Gegenstand des Spiels. Dies, weil sie Leute sind, die nicht begreifen. Sag, O Leute der Schrift, grollt ihr uns nur darum, dass wir an Allah glauben und an das, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist und was zuvor herabgesandt wurde und dass die meisten von euch Frevler sind? Sag, soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist? Diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen. Diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Wenn sie zu euch kommen, sagen sie, wir glauben, wo sie schon mit Unglauben behaftet eintreten und auch noch mit ihnen behaftet wieder herausgehen. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie verbergen. Und du siehst viele von ihnen in Sünde, feindseligem Vorgehen und dem Verschlingen von unrechtmäßig erworbenem dahineilen. Fürwahr, wie schlimm ist, was sie tun. Warum verbieten ihnen nicht die Leute des Herrn und die Gelehrten die sündhaften Worte und das Verschlingen von unrechtmäßig erworbenem? Fürwahr, wie schlimm ist, was sie machen. Und die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt. Ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Nein, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Er gibt aus, wie er will. Was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird sicherlich bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren. Und wir haben unter ihnen Feindschaft und Hass erregt bis zum Tag der Auferstehung. Jedes Mal, wenn sie ein Feuer zum Krieg anzünden, löscht Allahs aus. Und sie bemühen sich, auf der Erde Unheil zu stiften. Aber Allah liebt nicht die Unheilstifter. Wenn die Leute der Schrift nur glaubten und gottesfürchtig wären, würden wir ihnen wahrlich ihre bösen Taten tilgen und sie wahrlich in die Gärten der Wonne eingehen lassen. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgen, was zu ihnen als Offenbarung von ihrem Herrn herabgesandt wurde, würden sie fürwahr von den guten Dingen über ihnen und unter ihren Füßen essen. Unter ihnen ist eine gemäßigte Gemeinschaft, aber wie böse ist bei vielen von ihnen, was sie tun. O du Gesandter, übermittele, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist. Wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht übermittelt. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Gewiss, Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Sag, O Leute der Schrift, ihr fußt auf nichts, bis ihr die Tora und das Evangelium und das befolgt, was zu euch als Offenbarung von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird ganz gewiss bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren. So sei nicht betrübt über das ungläubige Volk. Gewiss diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Sabier und die Christen, wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Rechtschaffen handelt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Und wir trafen doch schon mit den Kindern Israels ein Abkommen und sandten zu ihnen Gesandte. Jedes Mal, wenn ein Gesandter zu ihnen kam mit etwas, wozu sie selbst nicht neigten, bezichtigten sie einen Teil der Gesandten der Lüge und töteten einen anderen Teil. Und sie meinten, dass es keine Versuchung gäbe. Sie waren blind und taub. Hierauf nahm Allah ihre Reue an. Dann aber wurden wieder viele von ihnen blind und taub. Und Allah sieht wohl, was sie tun. Für wahr ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist Al-Masih, der Sohn Maryams, wo doch Al-Masih selbst gesagt hat, O Kinder Israels, dient Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet für wahr Allah das Paradies und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Für wahr ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist einer von dreien. Es gibt aber keinen Gott außer dem einen einzigen. Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, ganz gewiss schmerzhafte Strafe widerfahren. Wenden sie sich denn nicht in Reue zu Allah und bitten ihn um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Al-Masih, der Sohn Maryams, war nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte vorübergegangen sind und seine Mutter war sehr wahrheitsliebend. Sie beide pflegten Speise zu essen. Schau, wie wir ihnen die Zeichen klar machen und schau, wie sie sich abwendig machen lassen. Sag, wollt ihr außer Allah dem dienen, was euch weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag? Und Allah ist es doch, der allhörend und allwissend ist. Sag, o Leute der Schrift, übertreibt nicht eure Religion außer in dem Rahmen der Wahrheit und folgt nicht der Neigungen von Leuten, die schon zuvor irregegangen sind und viele andere mit ihnen in die Irre geführt haben und vom rechten Weg abgeirrt sind. Verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig waren, durch den Mund Dawuds und Isas des Sohnes Maryams. Wies dafür, dass sie sich widersetzten und stets übertraten. Sie pflegten einander nichts Verwerfliches, das sie taten, zu verbieten. Für wahr, wie schlimm ist, was sie zu tun pflegten. Du siehst viele von ihnen, diejenigen, die ungläubig sind, zu Vertrauten nehmen. Für wahr, wie schlimm ist, was sie sich selbst vorausgeschickt haben. Es ist, dass Allah ihnen gegenüber seinen Missfallen zeigt. Und ewig werden sie in der Strafe bleiben. Wenn sie an Allah und den Propheten und das, was zu ihm als Offenbarung herabgesandt worden ist, glauben würden, hätten sie sie nicht zu Schutzherren genommen. Aber viele von ihnen sind Frevler. Du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen Menschen, die den Gläubigen am heftigsten Feindschaft zeigen, die Juden und diejenigen sind, die Allah etwas beigesellen. Und du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen, die den Gläubigen in Freundschaft am nächsten stehen, die sind, die sagen, wir sind Christen. Dies, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie sich nicht hochmütig verhalten. Wenn sie hören, was zum Gesandten als Offenbarung herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen wegen dessen, was sie darin als Wahrheit erkannt haben. Sie sagen, unser Herr, wir glauben, schreibe uns unter den Zeugesablengenden auf. Warum sollten wir nicht an Allah glauben und an das, was von der Wahrheit zu uns gekommen ist und begehren, dass uns unser Herr zusammen mit dem rechtschaffenden Volk in den Paradiesgarten eingehen lasse, so wird Allah sie für das, was sie gesagt haben, mit Gärten belohnen, durch Alt von Bächen ewig darin zu bleiben. Das ist der Lohn der Gutes tun denn. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Insassen des Höllenbrandes. O, die ihr glaubt, verbietet nicht die guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat und übertretet nicht. Allah liebt nicht die Übertreter und esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtem und Gutem und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen, jedoch wird er euch für das belangen, was ihr mit euren Eiden fest abgemacht und dieses dann nicht einhaltet. Die Sühne dafür besteht in der Speisung von zehn Armen in dem Maß, wie ihr eure Angehörigen im Durchschnitt speist oder ihrer Bekleidung oder der Befreiung eines Sklaven. Wer aber keine Möglichkeit findet, der hat drei Tage zu fasten. Das ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr schwört und erfüllt eure Eide. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr dankbar sein möget. O, die ihr glaubt, berauschender Getrank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans. So meidet ihn, auf das es euch wohl ergehen möge. Der Satan will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen durch berauschenden Trank und Glücksspiel und euch vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Werdet ihr damit nun wohl aufhören? Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und seht euch vor. Doch wenn ihr euch abkehrt, so wisst, dass unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung der Botschaft obliegt. Es lasst keine Sünde auf denjenigen, die Glauben und Rechtschaffende Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie bisher verzerrt haben. Wenn sie fortan gottesfürchtig sind und Glauben und Rechtschaffende Werke tun und wiederum gottesfürchtig sind und Glauben und wiederum gottesfürchtig sind und Gutes tun, Allah liebt die Gutes-Tunden. O, die ihr glaubt, Allah wird euch ganz gewiss mit etwas von dem Jagdwild prüfen, das eure Hände und Lanzen erreichen können, damit Allah denjenigen kenne, der ihn im Verborgenen fürchtet. Wer nun danach eine Übertretung begeht, für den gibt es schmerzhafte Strafe. O, die ihr glaubt, tötet nicht das Wild, während ihr im Zustand der Filgerweihe seid. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es eine Ersatzleistung zu zahlen, ein gleiches, wie das, was er getötet hat, an Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Eine Ersatzleistung, die als Opfertier die Kaaba erreichen soll. Oder er leistet als eine Sühne die Speisung von Armen oder die entsprechende Ersatzleistung an Fasten, damit er die schlimmen Folgen seines Verhaltens koste. Allah verzeiht, was vorher geschehen ist. Wer aber rückfällig wird, den wird Allah der Vergeltung aussetzen. Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und all das Essbare aus ihm als Niesbauch für euch und für die Reisenden. Doch verboten ist euch die Jagd auf die Landtiere, solange ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Und fürchtet Allah, zu dem ihr versammelt werdet. Allah hat die Kaaba, das geschützte Haus, zu einer Stätte des Gottesdienstes für die Menschen gemacht und ebenso den Schutzmonat und die Opfertiere mit den Hals gehängen. Dies, damit ihr wisset, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und dass Allah über alles Bescheid weiß. Wisset, dass Allah streng im Bestrafen ist, dass Allah aber auch allvergebend und barmherzig ist. Dem Gesandten obliegt nur die Übermittlung der Botschaft und Allah weiß, was ihr offenlegt und was ihr verbergt. Sag, nicht gleich sind das Schlechte und das Gute, auch wenn die Menge des Schlechten dir gefallen sollte. Darum fürchtet Allah, o, die ihr Verstand besitzt, auf das es euch wohl ergehen möge. O, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun, wenn ihr nach ihnen fragt zu der Zeit, da der Koran offenbart wird, sie euch gewiss offengelegt werden, wo Allah sie übergangen hat und Allah ist allvergebend und nachsichtig. Leute vor euch haben schon danach gefragt, doch dann wurden sie ihretwegen ungläubig. Allah hat keine Bahira, keine Saiba, keine Wasila und keine Ham bestimmt, sondern diejenigen, die ungläubig sind, ersinnen gegen Allah, Lügen und die meisten von ihnen begreifen nicht. Und wenn man zu ihnen sagt, kommt her zu dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat und zum Gesandten, sagen sie, unsere Genüge ist das, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Was denn? Auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht rechtgeleitet waren? O, die ihr glaubt, wacht über euch selbst. Wer abirrt, kann euch keinen Schaden zufügen, wenn ihr rechtgeleitet seid. Zu Allah wird euer Allah Rückkehr sein und dann wird er kundtun, was ihr zu tun pflegtet. O, die ihr glaubt, wenn einem von euch der Tod naht zu der Zeit, da er sein Vermächtnis macht, so las Zeugen es unter euch erfolgen durch zwei gerechte Personen von euch oder durch zwei andere, die nicht von euch sind, wenn ihr im Land umherreist und euch dann das Unglück des Todes trifft. Ihr sollt sie nach dem Gebet festhalten und sie sollen dann, wenn ihr zweifelt, bei Allah schwören, wir verkaufen es für keinen Preis, auch wenn es sich um einen Verwandten handelt und verheimlichen das Zeugnis Allahs nicht. Wir gehörten sonst wahrlich zu den Sündhaften. Wenn man danach aber entdeckt, dass sie beide sich einer Sünde schuldig gemacht haben, dann sollen zwei andere an ihre Stelle treten von denen, zu deren Nachteil die beiden sich einer Sünde schuldig gemacht haben. Und sie beide sollen bei Allah schwören, unser Zeugnis ist wahrlich berechtigter als deren Zeugnis und wir haben nicht übertreten, wir gehörten sonst wahrlich zu den Ungerechten. Das ist eher geeignet, dass sie das Zeugnis, wie es sein soll, ablegen oder sie befürchten müssen, dass nach ihren Eiden wieder andere Eide geschworen werden. Und fürchtet Allah und hört, Allah leitet das Volk der Freveler nicht recht. An dem Tag, da Allah die Gesandten versammelt und dann sagt, was wurde euch geantwortet, werden sie sagen, wir haben kein Wissen darüber, du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge. Wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Naryams, gedenke meiner Gunst an dir und an deiner Mutter, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, so dass du in der Wiege zu den Menschen sprachst und im Mannesalter, und als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte, und als du aus Lehm mit meiner Erlaubnis etwas schufst, was so aussah wie die Gestalt eines Vogels und ihr dann einhauchtest und sie dann ein wirklicher Vogel wurde, mit meiner Erlaubnis, und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herauskommen ließest, und als ich die Kinder Israels vor dir zurückhielt, als du mit den klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten, das ist nichts als deutliche Zauberei. Und als ich den Jüngern eingab, glaubt an mich und meinen Gesandten, sie sagten, wir glauben, wir Zeuge, dass wir dir ergeben sind. Als die Jünger sagten, O Isa, Sohn Maryams, kann dein Herr zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herabsenden? Er sagte, fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid. Sie sagten, wir wollen von ihm essen und dass unsere Herzen Ruhe finden und dass wir wissen, dass du zu uns tatsächlich die Wahrheit gesprochen hast und dass wir zu denen gehören, die darüber Zeugnis ablegen können. Isa, der Sohn Maryams, sagte, O Allah, unser Herr, sende zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab, der für uns, für den ersten von uns und den letzten von uns ein Fest sein soll und ein Zeichen von dir und versorge uns. Du bist ja der beste Versorger. Allah sagte, ich werde ihn gewiss zu euch hinab senden. Wer von euch aber danach ungläubig ist, den werde ich mit einer Strafe strafen, mit der ich sonst niemanden anderen der Weltenbewohner strafe. Und wenn Allah sagt, O Isa, Sohn Maryams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat, nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu Göttern, wird er sagen, Preis sei dir. Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn ich es tatsächlich doch gesagt hätte, dann wüsstest du es bestimmt. Du weißt, was in mir vorgeht, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Du bist ja der Alweser der verborgenen Dinge. Ich habe ihnen nur gesagt, was du mir befohlen hast, nämlich, dient Allah meinem und eurem Herrn und ich war über sie Zeuge, solange ich unter ihnen war. Seitdem du mich abberufen hast, bist du der Wächter über sie. Du bist über alles Zeuge. Wenn du sie strafst, so sind sie deine Diener und wenn du ihnen vergibst, so bist du ja der Allmächtige und Allweise. Allah wird sagen, dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Für sie sind Gärten durch alt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg. Allah gehört die Herrschaft über die Himmel und die Erde und das, was in ihnen ist. Und er hat zu allem die Macht.